Auf den Grill sind alle Tiere gleich. Kapitel 1. Beschädigt. Von Kurt Prödel. Gelesen von Niklas Wand. Meine Ex-Frau ist ausgezogen und unsere Tochter hat sie hier vergessen. Ich bin mir jedoch sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis auch sie es nicht mehr mit mir aushält. Ich hab keinen Bock mehr auf ihre verkackte Acht, die sie von ihrer Mutter hat. 16 Jahre, leicht moppelig, ständige Syllaber, Meckern und sonstige Beanstandungen zählen zu ihren Charaktereigenschaften. Mit 14 Jahren war sie noch das kleine, liebe und schüchterne Mädchen. Seitdem wir ihr doch ein Fotoshooting beim Kleinstadtfotografen geschenkt haben, ist ihr Selbstbewusstsein unter die Decke geschossen. Mit vermeintlich erotischen Hochglanzfotografien wirbt sie auf ihrem Facebook-Profil jetzt ein ganz neues Klientel an. Vorher hatten ihre Profilbilder kaum Likes, meistens nur Klicks von ihrer Tante oder anderen ähnlich mitleidenswürdigen Personen. Fette, verpickelte Freunde. Jetzt spricht sie mit ihrer Online-Präsenz eine ganz neue Zielgruppe an. Ein dreckiger Opelpark mit Böse-Onkels-Aufkleber und Hanfblatt auf der Heckscheibe in der Einfahrt. Das wird er sein. Der neue Freund meiner Tochter. Er ist deutlich älter als sie. Es ist ein von Gott gegebenes Gesetz, dass sich mangelnde Attraktivität durch ein paar Jahre mehr Lebenserfahrung kompensieren lassen. Keine Ahnung, was er macht, ist orial. Denn ab jetzt wird er keine Zeit mehr haben, weil er sich den ganzen Tag ihr sinnloses Gelaber anhören muss. Meine Tochter verlässt kommentarlos das Haus und setzt sich in der Waren. Sie hat wieder vergessen, sich bei Facebook auszuloggen und ich slorge ihr Profil. Seitdem sie mit Sandy befreundet ist und dubiose Typen sich für sie interessieren, hat sich ihr Freundeskreis drastisch verändert. Sandy ist ein paar Jahre älter und arbeitet in einem Nahostudio. Böse Onkels-Aufkleber auf der Heckscheibe. Ekelhaft. Meine Tochter kommt ganz nach ihrer Mutter und ich weiß, dass sie sich gegenseitig Lügen über mich erzählen. Sie hasst mich. Sie hassen mich beide. Aber es ist ein Fehlglaube, dass mich das auch nur im Geringsten interessieren würde. Zum Abendessen mache ich mir eine Currywurst in der Mikrowelle, trinke einen Kakao und finde noch eine Bifi-Karatze. Danach zwei Multivitamin-Tabletten. Es ist mittlerweile 21.04 Uhr und das Haus ist leer. Es war davon auszugehen, dass es bald so weit kommen wird, dass heute jedoch der Tag sein soll. Damit habe ich nicht gerechnet. Der Entschluss steht fest, ich werde mich wegsaufen. Mehr starken Alkohol in den Korpus ballern. Vielleicht vorher ein Bier. Dann den klaren. Vielleicht ein Korn mit Fanta. Danach pur, bis nichts mehr geht. Bis die Leber sticht und es im Kopf klingt, als würden Rasiermesser quietschend in die Knochen schnitzen. Ich stonne meine Faust gegen die weiße Rauffasertapete mit dem ekelhaften Ikea-Wand-Tattoo. Ich stelle mir vor, dass die Knochen splittern, bis sich das Handinnere anfühlte wie Kieselsteine. Aber ich bin nicht mutig genug. Doch, ich wette, ich hatte zuerst den Gedanken, mich von ihr zu trennen. Ich bin mir so sicher, dass ich sie schon vorher nicht mehr geliebt habe. Ich hätte Schluss machen sollen, habe aber nicht. Doch jetzt bin ich der Fasar und sie wird ihren Freundinnen mit ihrer verkackten Art erzählen, was für ein Arschloch ich bin. Dabei gefällt mir Margret, ihre fünf Jahre ältere Arbeitskollegin und beste Freundin. Sie hat mich auf Facebook geeditet und mein Profilbild geliked. Sie will mich bumsen. Ich habe mittlerweile einen Sitzen und mir ist leicht übel. Eine Schullektüre meiner Tochter liegt auf dem Tisch. Max Frisch, Fragebogen. Was bringt sie mehr in Eifersucht, wenn ihre Frau einen anderen Mann küsst? Oder wenn ein anderer Mann in ihr einen Humor freisetzt, den sie noch nicht von ihr gekannt haben? Es ist mir scheißegal. Ich schließe das Buch und schieße mir noch einen in den Korpus. Direkt in die Birne, bis der Schädel dröhnt. Ich werde morgen nicht zur Arbeit gehen. Es ist der selbstgebrannte aus dem Kroatien-Urlaub, der mein Gesicht bis zur kompletten Entstellung anschwillen lassen wird. Dieses ekelhafte Ikea-Wand-Tattoo. Ich reiße es ab und hinterlasse eine kahle Stelle. Ich schalte den Fernseher ein und lasse eine Talkshow laufen. Mach den Videotext an. Sex auf 646. Single-Treff. Wer will ficken? Finde deine große Liebe. Wer zur Hölle hat sich je über den Teletext verliebt? Und warum gibt es der hier überhaupt noch? Ich stelle mir noch einen rein. Böse Onkelsaufkleber auf der Heckscheibe. Heftiger geht's nicht mehr. Meine Tochter war bei WhatsApp seit 30 Minuten nicht mehr online. Sandy schreibt hier auf Facebook. Ich klicke mich durch ihre Profilbilder. Die Talkshow nervt. Ich schalte den Fernseher aus. Die Ruhe ist belastend. Ein schönes Haus eigentlich, jetzt wo alle weg sind. Wären da nicht überall ihre Spuren. Deko. Überall Deko. Gerostete Blechfiguren. Blumenkübel. Kerzenständer. Mystische Kugeln. Würfel. Blechdosen. Jeglicher pseudo-ästhetisierter Schrott für Menschen mit schlechtem Geschmack. Die Deko muss weg. Ich bin auf dem Sofa eingeschlafen und werde von meinem Bums in den Nachbarn geweckt. Es ist gerade vier Uhr. Alles dreht sich. Ich stehe auf, will Wasser trinken und kotze in der Flur. Ich halte mich am Türrahmen fest. Böse Onkelsaufkleber auf der Heckscheibe. Deko. 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 Meine Tochter hat mal einen Schulschluss um 14.45 Uhr. So lange habe ich Zeit, die Scheiße wegzumachen, falls sie überhaupt wiederkommt. Ich nicke nochmal kurz ein und werde vom Sonnenaufgang geweckt. Grelle Sonnenstrahlen knallen auf mein aufgedunsenes Gesicht. Ich sehe aus, als hätte ich Schläge bekommen. Das abgerissene Wandtattoe hat einen Teil des Erbrochenen aufgesohlen. Ich knalle mir zwei Aspirin rein. Mein Gehirn fühlt sich an, als wäre es beschädigt. Ich bin beschädigt. 14 ungelesener WhatsApp auf meinem Handy. Ein von einer fremden Nummer. Es ist Margret. Und sie fragt, wie es mir gehen würde und dass ich mich melden sollte, wenn ich reden möchte. Ich rufe sie an und wir verabreden uns für heute Abend. Und 19 Uhr im Piano. Und 19 Uhr im Piano.